Wenn sie kann heilen und angreifen müssen wir sowieso irgendwie. Ach, dodge doch mal was, Mensch. Die dodge doch sonst auch immer alles. Hm. Boah, das ist echt knackig gerade. So. Sie kann ihn platt machen. Mit einem Schlag. Warum läuft die jetzt eigentlich die ganze Zeit gebückt? Sieht ein bisschen komisch aus. Hm. Wow. Lincoln ist unbeeindruckt. Ich kann versuchen reinzukrippen. Jawohl. Sieht ein wenig. Sieht ein wenig. Sieht ein wenig. Boah, die kriegt viel Schaden, ey. Die verteidigt erstmal. Da drüben verteidigen sie jetzt auch erstmal alle, was anderes fällt mir grad nicht ein. Hm. Da drüben tauschen sie irgendwelche Einheiten aus. Ich weiss nicht, was die doch versuchen. Oh, wow, 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 wow Ich hätte gedacht, die hält vielleicht mehr aus. Okay, aber es leben noch alle drüben. Wir haben das da drüben zwar knapp, aber wir haben es überstanden. Eieieieiei. Okay. Oh, Alden, der levelt hier gut, Alter. Der ist gleich Level 10. Bogenschütze, kannst du jemanden... Oh, der kommt auch nicht ran. Ich habe alles zu eng gestellt. Oh, fuck. Du gehst erst mir hier irgendwo hin. Okay, Eric, kannst du bitte jemanden töten? Danke. Nice. Siloane freut sich da drüber. Oh, jetzt haben wir Platz, um uns zu bewegen. Gott sei Dank. Es hilft uns zwar nur minimal bedingt, aber besser als nichts. Alter, krieg... Ah, ist zu viel Schaden, zu viel Schaden. Na. Nicht Attack. Hier. Was? Das geht hier gerade ab. Ich will heilen. Hier. Hä? Hä? Was ist denn das für komische Anzeige? Spiel, ich möchte heilen. Wie? Heal. Hä? 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 Ach so. Hä? Hä? Warte mal. Hä? Warte mal. Hä? Hä? Die Anzeige hat mich gerade irritiert. Ich mag dich besser da drüber. Oh. Wie können sie sich teleportieren? Nice. das hat jetzt zwar nicht viel gebracht aber ist jedenfalls möglich so mit o sie wird sich aushalten glaube ich oder 12 schaden dann dürfen die gegner aber nicht kritten was sie wahrscheinlich nicht tun werden also wirst du hier warten und unsere bogenschützen angegriffen werden so was geht auf der anderen seite gerade ab dass sie ist dass sie so ein wir sind die anführung bei der ursprünglich der zwei symbole m das wird ja ein langer kampf jetzt ich würde gern mal den typen in der mitte erst mal irgendwie loswerden in position ja so schon mal nicht kannst du den typen hier in der mitte töten und schlafen oooohh kotzt mich das alles an obwohl sie ist ja kriterin vielleicht kritet sie ihn weg versuchen wir es sie kritet hier niemanden weg aber der hat ja auch nur 11% hit habe ich gar nicht gesehen ja what the fuck ist ja alles gut alles safe der wird knackig der typ hm übernehmen wir trotzdem weiterhin erstmal den in der mitte damit wir wenigstens eine quelle des schadens weniger haben ich bin mir nur noch nicht sicher wer den hier töten soll sie sie ja ja mach mal man hätte ja auch mal ausweichen können hm hm du entspannst dich mal was hat denn die gegner für eine range aha so sie schneidet hier erstmal ein bisschen weg ab ich habe das ganz gerne wenn die gegner wenig movement haben cool hat einfach nichts gebracht nice das wird schon so passen hier drüben wird schon keiner sterben da drüben jetzt eigentlich auch nicht machen wir Rundenende ach fuck ich habe ach ich habe nicht an die wand gedacht ach ja sehr gut sie hat sehr gut ausgewicht ins Tier ich bin stolz auf dich jetzt nochmal dasselbe oh oh naja fast ja oh just ja so wir heilen direkt ein bisschen unsere einheiten und nicht an den rand stellen außer zum angriff die machen ganz gut schaden wir aber auch okay wir werden versuchen zuerst die gegnerischen magier auszuschalten schaden die position ist doof wenn wir hier stehen können wir nur von einer seite angegriffen werden das macht mir sinn wie der gegner hat auch nicht so hohe treffer chancen 43 ja machen wir sehr gut sie schließt sich hier erstmal an so hier drüben verprügeln wir jetzt hier den magier level ab das ist richtig so was kannst du denn schönes mach mal so es kloppt der auch noch mal drauf und dann ist der gegner eigentlich geschichte problem gelöst promotion erneut level 10 oh wir kommen direkt zu promotion menu inquisitor holy warrior und sieg zu stoppen nennt man ich würd gern inquisitor bei ihm nehmen ich denke da sehe ich ihn wo zum selbst zu keep Hm, ja, ich will Inquisitor bei ihm haben. Äh, Promote. Upgrades, People, Upgrades. Ah, schön Archivement gegönnt. So, ich lass mich raten. Wenn wir hier gleich durch das Portal steppen, dann geht's hier erstmal richtig rund. Ach, dann landen wir hier. Okay, es wäre sinnvoll. Oh, wir können damit vier Einheiten darüber. Eieiei, das wird ja saftig knoftig. Okay, die da drüben entspannen sich erstmal ne Runde. Entspannen sich doch nicht. Ich will die schon mal an die Portale ranbringen. Wo führt denn das Orangen schon da hin? Wo ist denn hier was Orangen ist auf der Map? Ach, da mit hoch. Ah, okay. Ähm. Ja, okay. Das führt da runter. Hm. Shit. Das ist jetzt so ungünstig. Kann hier noch jemand heilen? Hier. Oh. Okay. So, die da drüben kriegen wir nicht kalt, weil die sich die ganze Zeit gegenseitig heilen. Habe ich das richtig mitbekommen? Kriegen die trotzdem kaputt. Höhe ich bitte aus. Danke. Okay. Komm, Alden. Nein. Nein, hab hier. Das gibt's ja nicht. Ja, Alden. Ich sag ja, Alden ist ne gute Einheit. Und Dodge. Alter, Alden, du bist der Beste. Und damit wird hier langsam Platz. So, du heilst dich. Wir werden natürlich erstmal so viele Einheiten wie möglich auf Entfernung umbringen. Ist ja ganz klar. Ja, 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 ja. Oh, all right. Jo, so machen wir das. Ich möchte dir dann möglichst alle gemeinsam durchs Portal schicken. Oh, das hat ja jetzt nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Okay, der geht den heilen. So. Ja, nice. Zwei Damage, das ist ja nix. Ich mein dafür Hitrate 100%, aber bei zwei Damage, ja. Unbeeindruckt. Ja, 100%, dann kann ich schief gehen. Zack. So. Ja, sie heilt alle durch jetzt erstmal. Ganz klar. Bleib mit mir! So, hier drüben passiert dasselbe erstmal. Wir bleiben strong. Ich will alle so ein bisschen mittig positionieren. Ich weiß ja nicht, ob ich dann nachdem ich durch das Portal bin noch einen Zug machen kann mit den Einheiten oder nicht. Das wird sich zeigen. Und hier drüben töten wir erstmal so viele wie geht. Ach, die stellen sich aber günstig hin. Das wird gleich lustig. Das verspreche ich euch schon mal. Was ist denn da wirklich notwendig? Damit machen wir einfach mal alle Einheiten hier in der Nähe platt. So, zack, einfach Rinder. Ja, die KI ist, teilweise macht sie komische Dinge, aber, wow, schwere ich mich mal gerade drüber nicht, ne? Jeder macht ja manchmal komische Sachen im Leben. Müssen wir ja auch mal so sehen. Ist ein blaues Portal mit dabei, das führt dann hier unten mit hin, okay. Oh, die können eigentlich auch durch die Wand angreifen, ach ne, ich hab gar keinen, doch, hab ich. Können wir doch hier auch schon mal Gegner eliminieren eigentlich. Dann machen wir das doch. Das sah cool aus. Das ist doch gut, sehr gut läuft das doch, sehr gut. Eliminieren wir schon mal so viele Einheiten wie geht. Oh, der kann, oh, der kann auch von Weitern angreifen. Was war das jetzt? Ist der der Avatar oder sowas? Als die Welt, die ihn am meisten brauchte, kam er wieder zurück. Warum läuft sie die ganze Zeit so gebückt? Das ist super weird. Oh, der hat sich nicht so viel Geburzelt, hm? Ich meine, klar, das ist jetzt nicht die effektivste Möglichkeit, die wir hier machen, aber die sicherste auf jeden Fall. Am Ende werden wir dadurch nicht so viel Gold bekommen, was mir schon klar ist. Aber das stört mich jetzt eigentlich gerade noch nicht so extrem. Ich möchte einfach nur alle Leute safe hier rausbekommen aus der Situation. Ich möchte einfach hier rausbekommen aus der Lage. Ich möchte einfach nur alle Leute abeinander aus der Situation, was mir linked habe.